Hallo Freunde, da sind wir wieder mit einem neuen Einsatz. Ja, aber das ist noch nicht so viel Geld, glaube ich, nicht zusammen. Aber ich kann dir mal gucken, kleiner. Ausrüstung. Keine große Sache. Wir sehen uns. Ja, äh, klar, ich will aber, ähm, ja, genau Waffen. Es gibt kein Waffenhändler oder was? Kommen Sie und schauen Sie. Junge, ich brauche Waffen. Gibt es ja keinen Waffenhändler? Scheiße, ich glaube da draußen ist jemand. Du meinst, du helfe? Hilfe, bitte, nein! Das ist keine Hilfe, man. Ich brauche Waffen, Kollege. Was haben wir hier? Oder ich muss die Waffen mal modifizieren. Oder wie das heißt. Was? Untertitelung. BR 2018 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 Ja Pfff Das was bringt ist die zweite Frage Pfff Gucken wir mal hier Ähm Achso, freischalten Gucken wir mal Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.